Hey! Willkommen zur 13. Folge von New Super Mario Bros. You! Und... ja... Keine Ahnung wo wir sind... äh... Limonadensdschungel? Okay... Komisch... Aha... Äh... Gucken wir mal schnell ins Menü... Sternmünzen! Genau, kann man ja... Hey! Limonadensdschungel! Aber warum habe ich hier das letzte? Und nicht gleich beim ersten angefangen? Was soll das? Komisch... Wo waren wir denn noch so? Minzmeer! Habe ich da eigentlich auch alle gemacht... Da fehlen aber auch noch welche... Hier? Ähm... Moment... Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Sandkuchenwüste... Na gut, das weiß ich, dass ich da... So gefehlt habe... Bin ich schnell durchgerannt... Okay, da habe ich alles... Komisch... Richtig komisch... Vielleicht soll ich noch gar nicht hierher? Die Monadensdschungel 1... Die Monadensdschungel 1... Achso, hier geht es los, oder was? Ne... Fängt man zuerst in dem großen Bus an, bevor man den Nummer 1 macht, oder wie? Komisch... Komisch... Na gut... Was gibt es hier für eines? Achso, hier kann ich wieder... Auswählen, wo ich hin möchte... Minzmeer... Bei Minzmeer ging es ja auch nochmal hoch, ne? Ah ne... Machen wir ihn ja... Level 1... Limonadensdschungel... Kann man wahrscheinlich was trinken gehen, ne? Wie war es mit einer Limonade? Ach, renn mir nicht weg! Ja! Was ist das hier für ein riesen Ding? So ein riesen Ding, und da ist nur... ein bisschen zu trennen... Ein bisschen zu trennen... So ein riesen Vi ker hier! So ein riesen Viecher hier! Ah das hier ist ja alles so... Wiesig! Wären die auch kleiner? Ne... Ah... Hu... Alter! Ich bin noch nicht geschrumpft, oder? Warte mal kurz. Wow! Okay! Komm her! Oh! Alter! Ja! Scheiße! Nein! Du! Alter! Das hat keinen Sinn! Kann ich das Ding nehmen? Nein! Ha! Nein! Geh rein! Hier geht's nicht rein, okay! Hehehe! Alter! Warum ist das hier alles so riesig? Blume! Kann ich damit? Ich bin noch nicht weit! Puh! Puh! Was soll das? Puh! Wie komme ich denn sonst hier durch? Na, die brauchen wir schon drei. Okay. Das wäre jetzt schon fast schief gelaufen jetzt! Was ist hier rein? Nein! Hier geht's vielleicht rein! Verdammt! Hier vielleicht! Auch nicht! Hier? Auch nicht! Geht's hier rein! Nein! Was gibt's hier Feines? Eine Blume! Fein! Hier geht's vielleicht rein! Hä? Auch nicht! Schade! Geht's hier überhaupt irgendwo rein? Ah! Hier geht's rein! Wunderbar! Oh! Alter! Was geht denn hier? Zeitmangel! Zeitmangel! Sorry! Ah! Scheiße! Ich hab ja kein Feuerdings mehr hier! Ich hab kein Blümchen mehr! Wuhuuu! Das sah jetzt aber wirklich irgendwie cool aus! Ah! Ah! Verdammt! Na gut, ich bin froh, dass ich das Level beendet habe! Alter, ist jetzt alles hier so riesig? Gibt's hier gar nicht! Was gibt's denn hier jetzt wieder Feines? Äh, das wieder! Scheiße! Muss ich mir wieder zwei Teile merken, hm? Oh ja! Okay! Verdammt! Hä? Langsamer! Scheiße! Nehmen wir mal das hier! Und das hier! Nein! Äh! Das hat sich überhaupt nicht gelohnt! Toll! Oh! Oh! Wieder etwas, womit ich nichts anfangen kann! Das hier bringt mich dann zum Boss und das hier bringt mich zum Boss! Okay, ich mache alles der Reihe nach hier! Jetzt nochmal schnell in den Menü gucken! Sternmünzen! Okay! Ja, in der 1 habe ich ja nichts gesammelt! Verdammt! Kann ich auch nicht sehen! Tja, gut! Mach mal! Mach mal und mach! Dann wir mal die 2! Okay! Jetzt sind die Viecher wieder klein oder wie? Ah, nein. Verdammt. Ey, was ist das denn? Game over. Okay. Ja, extra Anläufe. Toll. Jetzt sind wir schon bei zwei jetzt. Ah ja, okay, sind auch wieder geöffnet. Wunderbar. Nur die Scheiße ist... Ich darf Level 1 wieder. Nein, das ist nicht witzig. Nach dieser Aufnahme hier, sobald die Folge beendet ist, werde ich wieder Leben holen. Das heißt, die nächste Folge beginnt dann wieder mit mehr Leben als ich jetzt habe. Wahrscheinlich werde ich wieder so 15 oder so machen. Aha, die kann ich jetzt kaputt machen, ne? Ja, total nichts drin. Oh mein Gott! Huh, alle verbunden sich in München. Alter! Blümchen. Haha. Wie komme ich denn eigentlich hier durch? Wie komme ich durch? So ist ich ja durch. Hm. Brauche ich dafür noch irgendwas extra oder was? Ist das vielleicht, oder? Hm, nein. Das ging in die falsche Richtung. Wie komme ich denn nicht irgendwo rein? Nein, das war es nicht. Das war es auch nicht. Checkpoint. Nein. Alter. Inventar. Da. Stern. Und vielleicht noch. Und vielleicht noch den Pilz. Ja, hier ging es da rein, oder? Nein. Genau. Da sie hier war, habe ich bemerkt, dass die Zeit knapp wurde. Und ich komme da nicht hoch, verdammt. Ja. Na komm, Pflänzchen. Verschwinde. Na komm, Pflänzchen. Das war ein ... Vorsicht. Das war es nicht los, sonst hätte ich mich nicht daran platsen. Das war es zu sagen. Es ist schon wieder. 於. Es ist schon wieder ein Pflänzchen. Im Moment. Ja. Genau. Und da lasse ich jetzt mal das Haus da in Ruhe und gehen wir gleich wieder zur 2. Genau. Versuchen wir nochmal die 2. Noch haben wir Zeit. Geh hoch, ich kann wieder fliegen. Das ist eine der nützlichsten Fähigkeiten in diesem ganzen Spiel. Nein, nein, nein. Ich wollte doch... Alter. Das war jetzt echt sinnlos. Hier kommt nur ein normaler Pilz. Jetzt was soll der Scheiß? Hey. Komm her. Update. Es ist 3, Alter. Es ist 3, Alter. Es ist 3, Alter. Ah. Nix drin. Nein, 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 nein! Nein! Okay, einmal noch hoch. Dann war's das wirklich. Scheißpilz. Nur ein Pilz. Ja, man soll sich hier Zeit lassen, ne? Ey. Ey. Ja. Ja. Bloß nicht mehr rennen hier. Das ist in dem Spiel sowieso sowas von falsch. Oh, jetzt. Nein, Idiot. Idiot. Jetzt da hoch, äh, rund, äh, rein. Ah, jetzt hätte ich fliegen müssen. Verdammt. Aber geschafft. Oh, yeah, Mario-Time. Cool, wir haben drei Leben. Äh, nein, will ich jetzt nicht. Ja. Okay, dann beende ich die Folge jetzt wieder und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit mehr Leben. Also, bis dann.